ja halli hallo leute und herzlich willkommen zu let's play tag ein lustiges spiel was die idee von portal mit den geelen aufgreift habe ich gestern gefunden und ich wollte es euch jetzt mal kurz zeigen ich glaube ich habe es noch nicht ganz durchgespielt die ersten paar der schon ich weiß nicht wie lange es noch ist deswegen keine ahnung fangen wir einfach mal an alles wird blau ja hier jetzt das kürzeste tutorial ever use vsd to move use mouse to look ja hier wegen kann ich mich stepping on paint gives your powers try it ja also hier gelb damit hüpft man jetzt haben wir am ziel erstes level geschafft so zweites level jetzt kriegt man hier nicht die portal gun sondern eine sprühdose jetzt hat man hier halt weiß grün jetzt kann man hier springt man weg wenn ich jetzt wieder über pinselt hier schön mit weiß dann passiert gar nichts mehr ich glaube dass wir hier einmal so 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 machen wir das mal schön an einfach hier gegen laufen und dann springt man sich herum kommen wir hier rüber meine das war falsch gucken ob wir darüber kommen ich weiß es nicht aber probieren sie einfach mal aus ausprobieren ist immer das beste heißt ja schon probieren geht über studieren können wir einfach überlaufen das sind wir im ziel ich hoffe die audio einstellungen passen jetzt weil ich habe lange rum probieren müssen das ist auch ein lustiges level hier muss man hier hoch wenn man so hier pling pling und dann ist man wieder weg deswegen einfaltetaste immer schön wieder weg machen weil sonst ist das ja kommen ist das später immer ziemlich dämlich wenn man dann ausversehen darauf landet also bei mir zumindest ist das immer so wenn ich dann lande ich ausversehen darauf und springen dann wieder irgendwo hin wo ich eigentlich gar nicht hin will ziemlich nervig manchmal springen wir hier hoch hier hoch dann sieht ein schild das besagt da unten soll man was machen und die wand soll man schön anmachen so das war ich locker und da haben wir auch das level geschafft diesmal mit einem lilan loading screen hier sieht man dann rot und jetzt speed da brauchen wir jetzt grün grün haben wir aber noch nicht also gehen wir erstmal hier weiter das sind speicher punkte kann man durchgehen und checkpoint rich da sieht man schon das passt alles sehr genau hier zack jetzt mit der datier machen wenn sie mal mal die wand an versprühen wir besser gesagt schön hoch und schön gleichmäßig wie man das beim malen halt so macht ne so jetzt laufen wir dagegen boing 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 ja komm und jetzt sind wir im ziel und gelb hier sieht man ja da unten drei solcher anschüsse das heißt dann wohl noch eine farbe kommen wird hier wahrscheinlich wieder so würde ich mal kurz annehmen nein habe ich natürlich schon gespielt hier hier ist wieder sowas springen wir mal wieder die wand schön an hier ist wieder sowas hier die auch hier die auch das sollte eigentlich reichen springen wir hier nein wo ups machen wir dazu kommen wir drüber springen wir hier hoch und checkpoint hier wieder so ein schild das ding anspringen und dann können wir einfach darüber schlusser dann machen wir hier noch was hin oh 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 ups naja das war ein fail soll es geben soll wohl vorkommen ne so jetzt haben wir aber jetzt haben wir das ding hier jetzt müssen wir da unten hin kennt man auch vielleicht von portal auf eins und zwei kann man übrigens wechseln boing jetzt da hinten hin zack in den checkpoint rein ops ja ich fehle voll geil nein nein bleib stehen geht doch Ich kann das nicht so gut einschätzen Ob man da jetzt mit diesen Sprungbahnen rüber muss oder nicht Machen wir mal lieber jetzt einmal mit Warten wir mal bis das Ding da unten ist Entschuldigung So Ich hab gedacht wir fallen jetzt runter Ja hier Ist ja eigentlich schon grün Aber wir machen noch ein bisschen Bei meinem Pech könnte ich da ja runterfallen Okay Dann halt so ne Nochmal Ja Boing und einen weiten Sprung Genau Nicht um das Ziel Ich nehm an Das dauert nicht mehr so lange So Bis hier hab ich gespielt Kann man die Züge übrigens anmalen Das ist ganz lustig Ja das sollte man vielleicht nicht im echten Leben machen So dem Zug entgegenlaufen und dann schnell Feuer abbiegen Ah Fast Weil das könnte dann zu Naja Machen wir den mal ein bisschen an Könnte eventuell nicht so schön sein Könnte eventuell nicht so schön sein Und ein bisschen lebensgefährlich eventuell auch noch So So ab hier wieder blind Jetzt hab ich nichts mehr gespielt Checkpoint reached Kommen wir da oben hin Ja auch bestimmt Okay Kommen wir nicht Aber hier kommen wir hin Das blau die Wände hochlaufen Schwerkraft viel Sollte übrigens glaube ich bei Portal auch eingeführt werden Also wollten die machen Dass man das kann Aber Irgendwie mussten die das rausnehmen Das ist ja mal richtig geil Ähm ja Ich bin verwirrt Ah jetzt fallen wir wieder Warte Das ist ja mal richtig geil So mal gucken Das ist echt Das ist nice Soll man das so machen Ich hab ja keine Ahnung Kann man damit auch an die Decke gehen Yo Das ist geil Leckt gerade ein bisschen Kurz mal Pause Das ist geil